Gewagter Hi-Fi-Thesen mit Sascha. Optimal wäre ein schalltoter Raum, um Musik zu genießen. Nee, nee. Schalltoter Raum oder eigentlich richtigerweise reflektionsarmer Raum, da hält man sich gar nicht gerne drin auf. Also wenn man mal in so einem Raum drin war, es gibt ganz viele Leute, die nach kurzer Zeit panisch da rausrennen. Das will man nicht. Das klingt total unnatürlich und drückend, das will man nicht. Das ist wie wenn ich mit dir in einem Raum bin, ja? Ja, genau. Ich erdrücke auch.